Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Kanal. Heute möchte ich mit euch über ein faszinierendes Thema mal wieder sprechen, das energetische Sehen. Als jemand mit über zehn Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet kann ich euch sagen, dass es eine unglaubliche Möglichkeit ist, die Welt um uns herum auf einer tieferen Ebene wahrzunehmen. Ja, energetisches Sehen ist eine Form der intuitiven Wahrnehmung, bei der wir unsere Sinne nutzen, um Energien und Schwingungen zu erfassen. Es geht darum, empathisch zu sein, um mitzufühlen, was andere Menschen oder Situationen ausstrahlen. Dabei spielen verschiedene Werkzeuge eine Rolle, wie zum Beispiel Karten, Kerzen oder Kristallkugel. Ein wirklicher Aspekt des energetischen Sehen ist die Aktivierung unserer sieben Sinnen. Neben den bekannten Sinnen wie Sehen, Hören und Fühlen gibt es auch subtilere Sinne wie das energetische Sehen. Das uns ermöglicht, feine Schwingungen wahrzunehmen. Es ist eine Fähigkeit, die wir alle besitzen und die wir durch Üben weitere entwickeln können. Eine weitere Methode des energetischen Sehens ist die Verwendung von Runen. Runen sind alte Symbole, die uns helfen können, in die Energie einer Situation einzutauchen und ihre Bedeutung zu verstehen. Sie dienen als Werkzeug und antworten auf Fragen zu finden oder um uns auf bestimmte Energien auszurichten. Auch Engel spielen eine sehr wichtige Rolle beim energetischen Sehen. Sie sind liebevolle Wesen des Lichts, die uns bei unserer spirituellen Reise unterstützen können. Durch ihre Führung und Botschaften können wir unsere Wahrnehmung erweitern und tiefere Einsichten gewinnen. Und schließlich möchte ich noch das Thema Lichter ansprechen. Das energetische Sehen ermöglicht es uns, das Licht in allem zu erkennen. Es geht darum, die positiven Energien um uns herum zu erkennen und zu nutzen, um unser eigenes Wachstum und unsere Entwicklung zu fördern. Das waren nur einige Aspekte des energetischen Sehens. Ja, es ist ein faszinierendes Thema, das viel, viel Übung und Hingabe erfordert, aber auch unglaubliche Belohnungen bietet. Wenn ihr mehr über dieses Thema erfahren möchtet, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich freue mich darauf, euch auf eure Reise des energetischen Sehens zu begleiten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Gott schütze euch. Tschüss, Gott schütze euch. Untertitelung des ZDF, 2020